yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren heute wieder auf etwas neues von exeter beats metal feed juju millionen heißt der song und der song hat auch eine millionen aufrufe was übertrieben fresh und heftig ist ich bin aufgespannt weil mir weitere vorschläge rein sei es von exeter beats oder jemand anderes wir starten rein metal feed juju millionen das ist der song kudihar ist das ne von von seinem zweiten album unikat ich hab es aus brenzis kudihar family die gast und die menschen namnen kratz die märz bänkar und wenn grad noch ich fahr vorbei fibi brach kovat jenny nimm ihr bauleis mermitob ist auf modus mdhfm schießt nach fotos loppen mache nau dat logo wim mercedes Boah, Junge, wie, wie, wie geht das? Ich kenne ja das Originale, ne? Das Originale, was ganz anderes, ein ganz anderer Beat, was ganz anderes Und dann etc. Beats, kommt rein, ballert ein Beat, nimmt den Text und es ist auf dem Takt What? Es wird mir gar nicht schlecht Schöne Unser Film, wir sind hier mit einem Jahr Gib mir Paraisels hier mit einem Jahr Ich will mal erzähle, ich dir mit einem Jahr Vielleicht ich alte Scheine、 unterschreibe, sie�覺, sieh in mir kam Unser Film, wir sind hier mit einem Jahr Gib mir Paraisels hier mit einem Jahr Ich will mal erzähle, ich dir med dann Vielleicht ich alte Scheine、 unterschreibe, sieh in mir kam krank krank von qdhfamilie zu millen über von jaheiro yamero das album wild etc beats wie krank bist du junge wie krank bist du wie passende wieder das angepasst hat ist so schon krass ich sag mal so als gesamtes muss ich schon sagen so wenn man seine gesangstimme rausballert die ich ja sehr fühle weil ich auch orientalische lieder sehr fühle ist schon seit klein auf diese gesanglichen sachen mit jetzt dem part von mero von juju muss ich sagen passt nicht so aber als einzelnes wenn ich mir das als einzelnes als zwei hälfte in zwei hälften zerteile muss ich sagen wild und ich brauche kein image weil ich bleibe wie ich bin bringe alles selber bei nein ich lese kein und ich teile mein gewinn alles für die crew ich will ein feature sie sagen mir ab denn sie wissen ich hab den besseren part bin ein highlight wie von kim kardash in der arsch nein ich zieh mich nicht auf der beste die chart krank krank was dieser typ was er was er möglich macht das ist echt sehr sehr verrückt und ich sehe das erst jetzt so das ist schon so alt und traurig dass ich es erst jetzt aber einerseits auch gut dann können wir wenigstens darauf reagieren hey wild also etc beets sehr 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 wilder song wieder meadowfit juju millionen es war sehr geil ne hier die stellen ich muss sagen ich will noch einmal diesen einen übergang mir geben von dem song zu dem song das war krass das war schon sehr sehr krass ja leute das war es mit dem video ich hoffe euch hat die reaction gefallen das gerne daumen nach oben da und ballert mir weitere vorschläge immer rein in die kommentare das war es mit dem video macht's gut haut rein